Nein, es gibt hier kein 0815 Minecraft Let's Play in 84p, wo ihr eure Eigenwerbung in die Kommentare hinpasten könnt. Es gibt einfach was, wo es mich aufregt. Oh, ich dachte, das wären die Gegner. Neh, ich mache ja jetzt meinen Giveaway. Link nicht in der Beschreibung. Und, ähm, ja, da ich ja da Geld verschenke, habe ich dann auch mal Eigenwerbung dafür gemacht. Und ich habe natürlich, wie es jedes dummes Kind mit Eigenwerbung machen muss, sucht man einfach Minecraft Deutsch und macht den Filter auf Upload-Datum. Dann sieht man auch die neuesten Videos. Ähm, und was ich gesehen habe, war einfach so extrem traurig. Ich habe einfach ganz viel gesehen, was 5 Likes oder noch mehr hatte. Aber, was saß dahinter? Ein 8-jähriges Kind, was in sein 10 Euro Aldi-Mikrofon reingeblabbert hatte. Und das Ganze dann in 84p auf YouTube hochgeladen hatte. Und woher kamen die Likes? Ja, von irgendwelchen Menschen, die da ihre Eigenwerbung hinkopiert haben. Und meine Videos, die in 1080p sind, die manchmal mehrere Stunden Arbeit sind und 60 FPS sind. Nein, warte mal, was, was kriegen die? Drei Likes pro Video meistens. Drei, manchmal sogar noch weniger. Und das ist einfach nur noch lächerlich. Und ich kann mich darüber so hart aufregen, da das so verfickt traurig ist. Und meine Fresse, wo sind die Gegner? Bin der Letzte. Also, wo sind die Gegner? Junge, sind die dumm oder sind die blind? Ich glaube, die sind blind, aber ich auch. Junge, what the fuck, wo sind die? Das ist doch nicht mehr normal. Und das regt mich halt einfach so auf, weil das halt so lächerlich ist. Das hat halt auch einfach nichts mehr damit zu tun. Ja, machst du jetzt gute Videos? Das hat einfach jetzt nur noch damit zu tun. Ja, hast du gerade Glück, dass Menschen bei dir Eigenwerbung machen? Das sollte es ja eigentlich nicht sein. Aber das ist es halt. Das ist halt, es sind keine guten Videos mehr, die halt, es ist ja auch so genauso eigentlich so wie mit den Trends. Es sind keine guten Videos mehr, die in die Trends kommen. Es kommen die Menschen in die Trends, die sich da reingekauft haben. Und Eigenwerbung ist eigentlich jetzt auch nicht viel besser. Aber da ich ja bei meinem Giveaway Geld verschenke, möchte ich dafür auch ein paar Abonnenten. Ich hoffe, das kann man mal verstehen. Ich habe ja auch wenigstens die Ehre, das öffentlich zuzugeben, dass ich auf solche Methoden zurückgreifen muss. Sonst hätte ich ja auch schon mindestens 100 Abonnenten gehabt nach anderthalb Jahren und nicht nur 50. Weil ich keine Eigenwerbung gemacht habe und weil ich die Ehre besitze, auch normal Videos zu machen. Hätte dann vielleicht mehr Hate abbekommen, aber mich hätte es halt einfach nicht gejuckt. Und dann hätte ich halt doppelt so viele Abonnenten gehabt. Und so sollte es halt natürlich nicht sein, wie ich ja vorhin schon gesagt habe. So sollte es nicht sein. Und der Typ sollte eigentlich auch keine AWP haben, weil er damit ein Unterwensch ist. Weil er nicht anders gewinnt. Ja, wow. Wo brauchtest du denn jetzt Skill, mich zu töten? Ah, stimmt ja. Du hast einmal Rechtsknick gemacht und dummes Dreckskinn. Was kannst du? Ich finde es halt einfach so lächerlich, dass diese Menschen mehr Likes bekommen. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Und ich muss natürlich auch auf solche Methoden wie Eigenwerbung zurückgreifen, da ich ja jetzt Geld verschenke in einem Giveaway. Und ich meine mal, das ist ja damit schon irgendwie gerechtfertigt. Ich mache ja keinen Fake-Giveaway. Ich habe mir ja wirklich zwei Passive-Karten gekauft. Ich könnte euch ja auch das zeigen und den Code halt dann unscharf machen. Aber ich habe gerade keine Kamera. Doch, ich habe mein Handy. Könnte ich jetzt wirklich machen? Also falls ihr einen Beweis haben wollt, dann schreibt einen Kommentar. Dann gebe ich euch einen Meda-Fire-Link mit einem Bild, wo ich als Beweiszeiger... Aber bestimmt kommt dann wieder irgendein Mensch und sagt, ja, du kannst ja sicherlich irgendein Geld von Google genommen. Also halt doch nicht. Junge Alter. Snipernups. Hör mal, so ist es halt auch. Junge, wir sind ja nicht gestorben. Junge, was ist das denn? Ja, wow, weil meine AK alle war. Sonst hätte ich so für safe beide bekommen. Würde auch gerne mal verstehen. Der hat jetzt einmal kurz Rechtsklick gedrückt mit seiner AK. Hat den Gegner bekommen. Aber ich spraye mein halbes Magazin und treffe den noch mit einer Granate und mache ihn vier Herzensschaden. Aber trotzdem kriege ich den Kill nicht. Junge, wie lächerlich. Gebt einfach auch mal Minecraft Deutsch ein und macht einfach mal so den Filter denn einfach auf Upload-Datum. Geht ein paar Stunden runter, so ein Video, was so um die 20 Views hat. Und schaut denn mal auf die Likes und die Kommentare und die Videoqualität an sich. Und sagt mir, was er denn da für einen Mist gefunden hat. Es sind wirklich überwiegende Menschen mit 480p-Viers. Ich hatte sogar einen gehabt. Der hatte 144p gehabt. Der hatte vier Likes auf das Video. Null Dislikes. 20 Views. Und drei Kommentare. Ja, da war dann meine Eigenwerbung. Aber das ist einfach dreimal so gut wie jedes normale Video, was ich hier mache. Und mein jedes normale Video hier ist nicht nur Runde Survival-Games in 144p aufgenommen und dann hochgeladen. Meine Videos sind etwas mehr Arbeit. Vielleicht auch nur manche, aber diese manchen Videos sind dann auch manchmal schon mindestens drei Stunden Arbeit. Ich hatte auch sogar schon ein Video, was halt schon acht Stunden Arbeit war. Und das hat 46 Aufrufe. Oder sogar weniger. Und das war acht Stunden Arbeit. Und 144p aufzunehmen, dann drei Kommentare und vier Likes zu bekommen. Ja, das ist sicherlich nicht mal eine halbe Stunde. Junge Alter, wow. Ich habe nicht mal den Krill bekommen. Ich weiß, es wäre denn abgestaubt gewesen. Aber es ist lächerlich, dass denn... Bitte geht euch umbringen, Alter. Ich hatte ja nicht mal eine minimale Chance, meine Granate überhaupt zu werfen. Ich schweige denn, einen zu töten. Ja, und meins Zweig soll competitive sein. Oh Gott, Alter. Wie ich mich halt darüber echt so hart aufregen könnte. Ich könnte einfach... Ich könnte ein 30 Minuten Video machen, wo ich einfach... Wo ich mir so ein Dislike-Bot hole und jeden und jedem und jedem dummen Kitty mit 144p-Videos einfach 30 Drisslikes rein. Ja, Drisslikes rein. Ja, Lennart, kauf dir erstmal ein Bot. Ich würde so gerne echt so ein Video machen, aber... Ich will eigentlich gar nicht so tief sinken, aber... Ja, aber YouTube ist halt leider so tief gesunken. Und leider muss ich mich dann halt auch anpassen, wenn ich nicht untergehen will. Wie alles andere. Aber okay. Junge, Alter, ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Kill gemacht. Ich würde auch gerne mal verstehen, wie... Drei gegen eins. Meine AKs alle. Ich konnte meine Granate nicht mal werfen, weil ich ja innerhalb einer zehntelten Sekunde tot war. Ja, mein Zweig ist immer noch competitive. Genauso wie CSGO. Nur, dass ich CSGO nicht besitze. Dass es ja da ganz viele nette russische Menschen gibt. Die auch sehr ehrlich und fair spielen. Und ich CSGO einfach noch weniger ernst nehmen kann, als... Die Menschen, die alle ihre Abonnenten durch Eigenwährung bekommen haben. Skillershooter. Aber okay. So, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, dass ich schlecht bin, weil ich F5 benutze. Aber echt, wenn da vier Gegner sind. Gegen einen. Dann ist das doch das Fährste, was man machen kann, oder? Junge, Alter, was ist das? Das ist doch einfach nur noch lächerlich. Ja, wow. Wow, Alter, du kannst dich jetzt so umbringen gehen. Ich habe keine Lust mehr. Ich lade das jetzt einfach so hoch wie jeder dieser dumme Menschen. Und mal schauen, was denn so passiert. Genau.